Wie man sich vermutlich vorstellen kann, schmeckt Uri nicht nach Yeah, Mega Gibt's da irgendwie, äh, USK oder so? Ne, all das Beschränkung bei den Büchern existiert nicht Ich wollt's grad wegschmeißen, aber ich brauch's noch Brauch's noch für die Aufnahme, Philipps, tut mir sehr leid Bücher, Kerzen, Duschschaum, Pizza, Chips, Sexpum- Halt, stopp, nein, es gibt ne Grenze Merchandise ist ja prinzipiell ne coole Sache I am once again asking for your financial support Im Best Case kauft man sich ein cooles Shirt, hat was davon Und unterstützt auch noch ne Person, die man selber feiert Und wenn du wirklich Glück hast, dann sind die Sachen auch noch Fairtrade So wie bei meinem Merch Und alle sind happy Aber es gibt da ja immer wieder diese Ausreißer, die diese andere Art Merchandise anbieten Ahem, ich muss eben die Seite raussuchen Das magst du doch buchen Seite 107, Kapitel Jede Bitch startet als heilige Jungfrau Wieder versuchte ich krampfhaft mich zu entspannen Doch meine Rosette knifft sich zu einem Mini-Donut zusammen Was ist das für ein Buch? Literarisches Kunstwerk Ich weiß immer noch nicht, wo ich Katjas Buch eigentlich einsortieren soll Aber zum Teil ist es wirklich hilarious geschrieben Ich bin mir nur nicht sicher von wem Der Ghostwriter, Alter Und deshalb sprechen wir heute über YouTuber-Producter Mein Name ist Jeff Und um euch kurz zu erklären, warum wir vielleicht das ein oder andere piepen müssen Habe ich hier auch noch ein Zitat von einer Independent-Künstlerin Einer tollen Frau Seite 169, Kapitel Hab ich vergessen? Seite 169, Kapitel Bitches lieben den Beat Bei YouTube läuft diese komplizierte Sperrungsscheiße wie folgt Man erhält Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien Ja und weil das alles so kompliziert ist Lassen wir das einfach, okay? Wir machen heute nichts Verbotenes Es gibt ja Dinge, die Sinn ergeben Egal wie ekelhaft Bilu schmeckt Als Duschschaum für Bibi Die sich mit ihrem Content ja früher mal mit sowas auseinandergesetzt hatte Passt das Das ist genauso wie eine Pokémon-Spielkarten-Matte Für einen Pokémon-Spielkarten-Kanal Oder ein Katzenplüschtier für das eigens programmierte Spiel Dinge passen Und wenn Bibi schlau ist Bringt die einfach eine Bibi-Born raus Ich meine, die hat ein Kind Das wäre so klug Bibi, du hast einfach Geld auf der Straße liegen lassen Solche Leute kann ich nicht leiden Jeder Cent ist es wert Ja und dann gibt es ja noch so Sachen wie Katja Kat Die Bibi-Bi-Bi Ha, Fake News Ihr habt nämlich gedacht, die könnt nicht lesen Aber schreiben kann sie Aber ernsthaft Es kommen immer mal wieder Dinge auf den Markt, die passen So wie Philipp Steuers Veganes Kochbuch zum Beispiel Und dann kommen Dinge wie Musik von definitiv Nicht-Musikern raus Nur um das schnelle Geld zu machen Wer bin ich Schreibt mal in die Kommentare, welchen Löwen ich nur meinen könnte Leider ist die Schnittmenge an unternetierten Rappern und YouTubern sehr groß Können wir auf dieser Plattform einfach nichts? Sind wir so untalentiert? Ihr wisst ja, dass wir hier auf dem Kanal viel mit Adobe Premiere geschnitten haben Und was soll ich sagen? Ich hasse es! Ich hab ein ganzes Video darüber gemacht, was in dem Programm einfach nicht okay ist Dann würde ich ja lieber das Negativ mit einer Schere schnallen als nochmal Keine Rückmeldung neben dem Programmnamen zu lesen Und sagen wir mal Premiere kann viel, aber das, was es kann, kann es manchmal schlecht und manchmal gar nicht Und dafür kostet die Adobe Cloud auch nur viel zu viele Euronen! Dann erst geboren ist ein Pakt mit Satan Eine ordentliche Ladung, Glück, dass das Ding beim Rennen ja nicht aufschmiert Und eine Menge, Menge Geduld Aber Malte, wir brauchen doch Videos Was ist jetzt die Lösung, Herr Helmold? Gut, dass du fragst Schnellt euch an, setzt euch aufrecht Das ist immer gut für den Rücken, wenn man lange was schnibbeln muss Und hört mir mal ganz gewaltig zu Wenn ihr mit YouTube anfangen wollt Oder ihr nach einem günstigen Schnittprogramm sucht Und mich einfach so unterstützen möchtet Klickt jetzt auf den Ersten in der Videobeschreibung Und gönnt euch die kostenlose Testversion von Filmora 9 Filmora 7 war dein Urgroßvater Auch wenn ihr keine Ahnung habt, was ein Video ist Wie man was schneidet, wo man die Musik macht Glaubt mir, wenn ihr Paint versteht, versteht ihr auch Filmora Du brauchst einen Schnitt Hier, bitteschön Du brauchst einen Zoom Na, hier! Und so entsteht ein zauberhaftes Video Musik drum, das Sounds zu unserer Titel drauf Fertig rausrendern und geil Einfach nur nice Das Programm ist nicht nur leicht zu lernen Sondern kannst du ziemlich alles, was ich für meine Videos wirklich brauche Dazu kommen noch tausende Animationen, Filtermusiken und Co Die du kostenlos für deine Videos benutzen kannst Außerdem gibt's noch mehr Kram in der Filmora Stock Library Also wenn du was brauchst, guckt der einfach vorbei Und wenn's doch noch offene Fragen gibt Dann check doch einfach den deutschen YouTube-Kanal von Filmora aus Da gibt's nämlich jede Menge Tipps und Tutorials Und ja, natürlich läuft das Ding auch auf Mac Aber den Mac ich nicht Ha, will ich lieber meckern Okay, ich hör auf Also, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung Schnappt euch eure Kamera, euer Smartphone, was auch immer Und macht Content, Leute Es war noch nie so leicht Und günstig Wie jetzt? Danke an Filmora für Sponsoring Und jetzt viel Spaß Weiter mit dem Video Ne, das wär so, wie wenn ich jetzt anfangen würde zum Model Philipp Ne, oder wie wenn ein Komiker anfängt, Backwaren herzustellen Das soll ein Autifant sein So scheiße würden Elefanten nicht mehr aussehen Wenn die durch meinen Körper gewandert sind Und irgendjemand Zuckergussaugen draufklebt Aber ja, Otto ist ja eigentlich kein YouTuber Hallo Idiot Hallo Hörst du zu? Und ich hab keine Ahnung, ob es irgendwann mal so Ratgeber gab In dem Stand Man muss irgendwann mal in seinem Leben ein Buch geschrieben haben Sonst ist man nichts wert Aber mittlerweile hat so ziemlich jeder einfach ein Druckerzeugnis Irgendwie auf den Markt geschmissen Klangern Gut, von dem weiß ich auch, dass er schreiben kann Katja Paluten Kongcrafter Alle haben ein Buch Und ob man jetzt glaubt, dass das Leute auch wirklich lesen Kaufen tun sie es auf jeden Fall Den Bestseller Und ich möchte hier auch niemanden verurteilen, der sich jetzt überlegt, ein Buch zu schreiben Oder schon mal geschrieben hat Es geht mir mehr um den Inhalt und die Intention dahinter Jetzt mal ehrlich Wieso denkt man sich mit Anfang 20 Hm, ich könnte jetzt eine Autobiografie über mein spannendes Leben schreiben Ich meine, was hast du in der Zeit alles so erlebt? Ich hab dir mal was vorbereitet, Philipp? Seite 108 Lass mich mal ran Ich hab einen kleineren Pippel Grinste eher trocken, während er mir aufs Arsch noch spuckte Why? Ich meine, Katja beschreibt in ihrem Buch, wie jetzt bei der Situation, nicht nur schöne Erfahrungen Aber diese trockene Sprache, die bringt einfach diese dämlichen Lacher aus mir raus Es ist wunderschön Es ist wie ein Autounfall Man kann einfach nicht auf ihn hinzugucken Und trotzdem frage ich mich Kommt dann in 20 Jahren zweiter Teil Und dann wiederum in 20 Jahren später irgendwie der Abschluss der Trilogie Die macht einfach den Herr der Ringe Und es ist schon hart, so einen Groschenmau, um eine Bibel zu nennen Ist Katja jetzt der nächste Jesus? Was wollt ihr jetzt von mir hören? Eine ausführliche Literatur-Diskussion über dieses Werk? Keine Ahnung, Katja hat in diesem Buch einfach über ihr Leben geschrieben Familie, Freunde, Beziehungen Und Erfolg auf YouTube und so weiter Es hat seine Momente, die sind schon amüsant zu lesen Aber das war's dann auch Ja, da ist dann vorbei Künstlerische Höchstleistungen und Wortmalereien wie Ich war übelst bereit, ein promille-reduzierendes Nickerchen zu halten und Meine Geburtsstart war alles andere als ein Höhepunkt Wechseln sich ab mit Sätzen, die ein dreijähriger Rückwärts aufsagen könnte Hab ich ein Beispiel? Liebe Kinder, schlagen Sie bitte Seite 197 auf Hey, Ruhe in der letzten Reihe da, Philipp Sind das genau, ne? Das heißt wohl nachsitzen Oder wie Katja sagen würde Nachspritzen Entschuldigung Durch die Extensions und das ständige Waschen und Föhneln sind meine Haare irgendwann wieder abgekackt Was mega scheiße war Kunst Dass sie das nicht als haarige Angelegenheit beschrieben hat Empfinde ich als grob haarlässig Das heißt verstanden, Philipp, ne? Gut, haben wir das auch abgehakt? Lockt schon so eine kleine Witze streite aus mir raus, ne? Wieso habe ich eigentlich noch kein Buch geschrieben? Wisst ihr eigentlich, was mein Lieblingsauto ist? Ein Ferrari Ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich kein Buch habe Es wäre eher so ein Keksortifant als Buch Schuster, bleib bei deinen Leisten Habe ich gerade ein Stimmbruch gehabt? Die Aussage, die sich durch dieses zweideutige Werk zieht, ist aber Sei wer du bist Punkt Und das ist ja erstmal was Gutes Erinnert aber nichts an meine Einstellung zu Katjas Content auf YouTube Sie persönlich kenne ich nicht Ja, und das ist jetzt nicht unbedingt ein Buch, was in jedem Billy stehen muss Verstehst du, Philipp? Billy, Regal, Billy, Kondom Warte, was ist ein Kondom, Philipp? Ich frage mich jetzt, ob sie irgendwann mal eine zweite Bibel schreibt Zu quasi das Neue Testament Und wir erinnern uns Das Neue Testament endet mit der Apokalypse Oh mein Gott, nein! Aber wenn du jetzt nicht so ein spannendes Leben wie Katja hast Und auch nicht kreativ genug für einen Fantasy-Roman bist Dann schreib doch einfach über ein Franchise, was sowieso Geld ohne Ende abwirft Minecraft! Buh! Da kannst du es jetzt natürlich machen wie Paluten oder Aresl Die einfach ihre eigenen Fantasy-Geschichten in der Welt von Minecraft erzählen Oder du machst es so wie Luca und etliche andere Autoren Die einfach irgendwelche Minecraft-Tipps in Bücher abdrucken Mit einer ganz eigenen Seite für irgendwelche interessanten Seeds Und schon hast du dein eigenes Buch Ne? Kann man jetzt von halten, was man will Aber das haben ja jetzt auch schon ein paar Leute gemacht Man muss also noch kreativer sein Man muss einfach etwas erfinden, was noch nie da war Ne Pizza Pizza Margherita Das ist so lame Da ist sicher was drauf Das ist aber Teig mit zu Bademann Und deswegen muss man noch kreativer sein Pizza Prosciutto Die wird sogar vegetarisch, wenn man den Schinken runternimmt Was ist Pizza für ein Match? Was hat Luca mit Pizza zu tun? Der isst einfach nur gerne Pizza, das ist alles Hallo, mein Name ist Luca Ich nehme gerne Videos auf, die ich auf YouTube hochlade Früher waren die immer über Minecraft, heute fast gar nicht mehr Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die gucken Oder mein Buch lesen Wisst ihr aber beides nicht, wenn ihr keine Lust habt Außerdem mag ich Pizza Ja, soll ich jetzt Döner als Merch machen? Weil ich gern Döner esse Nein, das ergibt keinen Sinn Ein Kochbuch von dem Kocher ergibt Sinn Das bringt euch wenigstens was Und ihr seht, es gibt ja auch gute Bücher in Buchhandlung Ich weiß, ist wie im Internet Man tritt oft in Scheiße Aber es stinkt manchmal gar nicht so schlimm Und wir haben gemerkt, es gibt in der Welt von Merchandise Auch noch was anderes Außer Papierverschwendung in Form von Büchern Und dass Bilu zwar gut riecht, aber richtig scheiße schmeckt Ist mittlerweile ja bekannt Aber die gute Bibi hatte 2015 noch eine viel bessere Idee Zusammen mit der Telekom haben die nämlich das Bibi-Phone Für 250 Tacken auf den Markt geschmissen Was das Bibi-Phone war? Na, ein geiles Smartphone Was nach Vanilla Cake Pop gerochen hat Und super weich war Nein, das war einfach nur so ein scheiß Sony Xperia Auf dessen Rückseite Bibi und ihr Autogramm gedruckt war So scheiße, Alter Außerdem gab es noch exklusives Bildmaterial Ein Willkommensvideo Und von Bibi eingesprochene Wecker-Sounds Irgendwie die Hälfte davon klingt einfach nach Onlyfans Versteht mich nicht falsch Aber die Rückseite sieht einfach aus wie Mobbing Ich weiß nicht, wie ich das nett ausdrücken soll Aber wenn du dafür nicht in der Schule geschlagen wurdest Warst du nicht auf der Schule Und wer will bitte morgens um 6 Uhr von Bibis Stimme geweckt werden? Hi there, lady But wait, there's more Bibis ex-beste Freundin Dagi B hat ja auch schon einiges aus dem Ärmel geschüttelt Mit BT hat sie zum Beispiel 2018 ihre eigene Kosmetikreihe an den Start gebracht Und mit DM sogar einen richtig großen exklusiven Partner gehabt Um dann ein bisschen später die Partnerschaft wieder zu beenden Schade Aber nicht traurig sein, Dagi, ne? Es kann nicht immer alles perfekt laufen Bill Gates hatte bei der Vorstellung von Windows 98 auch erstmal ein Blue Screen Oder wie ich es nenne, äh, Blue Screen Aber wenigstens läuft es ja mit Dagi B's Festival Äh, oder? Oder? Wichtig ist, immer einen Plan B in der Tasche zu haben Und den hatte Dagi Zusammen mit Juwelkerze hat sie nämlich ne Kerze rausgebracht Philippische 40 Euro konnte man sich dieses exklusiv, zeitlich begrenzte Dufterlebnis nach Hause holen Ganz ehrlich, Alter, wer 40 Euro für ne verkackte, wahrscheinlich nicht mal gut riechende Kerze ausgibt Dem ist einfach nicht mehr zu helfen Ja, guck mal, ne Kerze Boah, das stimmt ja schon beim Aufmachen, Alter Ich hab nen Schmuck bekommen Ey, muss, warte, ich muss aufmachen Mann, wo hab ich die Schere drin gemacht? Mann ey, wo hab ich ihn gelegt, Philipp? Ah, da Gib mir meinen scheiß Schmuck, Alter Der wird sich auch dafür bezahlt Guck mal, mein exklusiver Schmuck war in der Kerze Guck mal, Nummer 2, Boy Dagi Warte, die riecht aber Muss ich sagen, die riecht gut Ja, und jetzt, wo die schon mal da ist, würde ich sagen, wir zünden sie einfach mal an Boah So, während die Kerze ihren deliziösen Duft hier verteilen kann Kann ich euch ja mal die Geschichte erzählen, wieso dieses Paraffinerzeugnis im Glas eigentlich doppelt so viel kostet Wie manche Videospiele Ihr müsst euch das mal vorstellen, die Kerze kostet mehr als Palutens, Concrafters und Aerosols Minecraft-Buch zusammen Hier ist eine Mücke drin, wie ist das passiert? Ich bin im Keller Das hier ist nicht nur irgendeine Kerze Es ist die Kerze Ihr müsst euch einfach nur Billo-Schmuck bei AliExpress kaufen, das in Wachs stecken, das nach Keks duftet Und tada, erst dann ist es die Kerze Ja, richtig, hier ist einfach ein Stück Schmuck drin Keine Ahnung was, konnte man sich nicht aussuchen Das ist ein bisschen wie ein Ü-Ei In teuer und ohne Schokolade und in echt gefährlich, holy shit Wieso denkt man, dass es eine gute Idee wäre, Schmuck so zu verpacken, dass ich den nachher aus heißem Wachs rausfischen muss? Why? Ein Ü-Ei ist auch nicht 1000 Grad heiß Oder er hat Zähne wie so eine eisere Jungfrau Soll ich mit 12 jetzt schon eine Unfallversicherung abschließen? Ne, was soll ich sagen? Mir fehlen die Worte Aber dafür habe ich ja das hier Seite 101 Wäre ich auf ein gutes Gefühl ausgewiesen, hätte ich vermutlich eine Banane genommen Aber das war ja affig Und warum ich bei Juwelkerze auch noch Juwelbadekugeln kaufen kann, verstehe ich auch nicht Ne, vielleicht sollten sie sich einfach umbenennen in Juwel-Alles Hier, guck mal, ein Juwelauto, wenn du das verbrennst, bleibt wenigstens ein süßer Ring über Juwelbetonplatten, bau dir ein Haus raus Und wenn du es nachher aus gelten Hütten wieder abreißen musst, hast du wenigstens noch ein Fußkettchen aus 925er-Styling-Silber Huwel Und wenn man stinkt, dann nimm doch einfach Shirin Davids Parfüm Created by the Community Ah, Created by the Community, also haben wir all die Arbeit gemacht, ja? Wonach riecht das? Gamescom Schweiß Wenn es nach LTE geht, wäre das wahr, ja Aber wenn dir Shirts, Schminke, Bücher und Kerzen nicht ausreichen, dann bleibt ja immer noch die Möglichkeit, etwas rauszuhauen, was uns allen Spaß macht Alkohol Lasst uns gehen, lasst uns feiern, lasst uns feiern Ne, der gute Knossi hat vorhin nicht allzu langer Zeit zu seinem passenden Hit Alge Und ja, ob man will oder nicht, Alge ist ganz gut gechartet Nämlich ein passendes Getränk rausgebracht Algeschnaps Klingt nach abgestandenem Gammelwasser Ne, weil Algen will ich nicht trinken Algen will ich nicht bei meinem Teich haben Die will ich vielleicht gerade so beim Beilagensalat zum Sushi Aber damit nicht genug, Knossi wäre nicht Knossi Wenn er einfach nur Schnaps rausgebracht hätte Ne, ne, zusätzlich könnt ihr euch noch ein Alge-LED-Licht holen Alge-LED, was ist eine Alge-LED? Läuft die mit Photosynthese? Ach, damit soll die Flasche schön leuchten Warum? Wie soll mein Schnaps leuchten? Was hab ich davon? Und ne Limette ist keine Alge Und wenn's später am Abend nicht mehr so gut mit der Koordination läuft Hat Knossi auch noch Die Trinkeige erfunden Bin ein bisschen traurig, dass die nicht mehr gibt Wenn dir Capri-Sonne zu kompliziert ist Aber die schlimmste Form von diesen YouTuber-Produkten und YouTuber-Merchandise Sind immer noch Filme und Musik einblenden Ich will euch nicht singen hören, wenn ihr nicht singen könnt Die Beatles haben darüber einen verfickten Song geschrieben Und habt ihr mal den Smosh-Film gesehen oder den Angry Video Game Nerd Film? Oder Kartoffelsalat Oder den Film von Logan Paul Nein, nicht den Film aus dem Wald Den Film Ja, man kann dafür Geld ausgeben Sollte man aber nicht Und ich weiß, dass das jetzt viele von euch schockiert Aber der Film Bruder vor Luder vor den Lochis War jetzt keine Kino-Offenbarung